ja leute willkommen zu einer neuen folge darksport let's play together wir haben in den letzten folgen kläglich versagt was heißt kläglich haben das eine oder andere level geschafft mal extremst versagt ehrlich gesagt wir haben bis jetzt für jedes level zwei anläufe gebraucht und ja wir hoffen mal dass diesmal besser hinkriegen oder ja würde ich mal so sagen ich habe offscreen mal so ein bisschen an den helden rumgeschraubt vor allem habe ich mir neue teile gekauft und ich werde jetzt für dieses level hier die gruppe 1 benutzen die sehen jetzt zwar alle blau aus aber man sieht ja das ist eine andere blumen gut wieder mal so ein hohler spruch des tages man sieht ja das ist glaube ich quanten von der art her und hier der ist cyber die sollen ja oder waren ja gut waren ja positiv für das letzte level und dagegen ich glaube feuer und pflanzen und nekro oder pflanzen und nekro eins von beiden war für den arsch die habe ich aber trotzdem in gruppe zwei weil wir können ja danach quasi ohne pause ins nächste level springen und man weiß ja nicht was es da erwartet deswegen ich hoffe mal dass ich da was besseres habe ja wir werden sehen die helden sind natürlich noch nicht so hoch von der stufe her aber es ist in ordnung und aber die navigation und dann starte ich die kampagne in der navi bin ich schau genau in level 4 3 warte mal 4 3 war das das ja 34 ich hoffe das war 4 3 aber ich glaube auch schon ja das könnte sein naja hier sind wir an meinen gruppen die gruppe 1 helden stufe 34 gruppe 2 helden stufe 35 aber ich nehme trotzdem gruppe 1 okay fangen wir an genau dann wollen wir mal jetzt schauen wir uns die helden an ich hoffe ich hoffe ich hoffe ja alle positiv sehr gut also kreos wird belagert okay also wir haben pyro und nekro als gegner deswegen sind unsere entsprechend gut wir werden da mal schauen wir können ja dann nach dem level falls wir das jetzt auch an ihm schaffen sollten wenn wir uns nicht so dumm anstellen dann werden wir wählen nachdem wir die gegner gesehen haben wie das aussieht oh guck mal wir haben die beiden die gleichen champions ein beziehungsweise gleichen helden ja du los also gut ist das war immer ich muss mal meinen bildschirm so ein bisschen das könnte man jetzt vielleicht gehört haben letztlich gleich mal wieder seinen monitor ja leute haben hier jemand der figure hat halt ohne melden kann sich halt die monaten neuen monitor leisten natürlich und die dauernd doch schon ganz schön lange ich kümmere mich um den links um den rechts genau wir haben jetzt gerade noch unsere tanks ausgewählten die noch nicht so viel schaden machen ich glaube ich wechsel mal er hatte ja auch gerade vor ich habe da danke ich habe da danke ich habe hier so große ich bin verlangsamt wir haben schon wieder die gleiche geil cool wir haben uns gar nicht abgesprochen auf jeden fall durch doofen currencies ah so stimmt werde ja angesprochen ihr der junge häufig schlag Darwin schü literature objekt also ja stimmt dass das gut schaden und auch von den hilfsfreund ganz gut verschlüsselt objekt ich glaube ich wechs jetzt immer auf den hier ist dafür eine buchte der ist ja immun gegen alles der elite anstürmende gerändel aber bei mir zieht er gut ab das gibt's nicht alle wie oft wir daneben hauen er macht auch nicht wenig schaden wie man an meiner lebensleiste sieht scheiß dna mitnehmen diese schnelldown aber bis jetzt schaut es eigentlich ganz gut aus wir könnten langsam mal wieder ein bisschen energy gebrauchen die haben mich fixiert die weg dann ja ja ich habe den einen erst mal für eine bestimmte zeit außer gefecht gesetzt dahinter das ging ja mal fix sehen nice so wollen wir landen hier hoch leidshow kommen so ein fetter an so ein kleiner mini gesundheit energy aneke so deutsch und der an obelisk sehr gut items ok es verschlüsselt objekt verfeinerter himmels säbel ich habe mich mit kanten auge komisch zeug so ich hoffe wir laufen hier richtig zeug beziehungsweise ich glaube da unten gehen geht ein weg nach rechts jetzt hast du die karte auch ne ja wow sind wir den einsam ja genau ein schlag weg war das ding hält mal nicht viel aus ein paar schläge weg war das ding genau so muss man schon wieder so ein immunes dreckst wow hier die viecher machen scheinbar viel schaden oh gott oh gott oh gott oh gott ich bin tot das gibt es doch nicht das sieht man mal wie wichtig die die gesundheit ist und die fähigkeiten kaputt drauf auf die viecher ja die erst mal angeklickt kriegen die scheißdinger weil die so im herfliegen ja die siehst du kaum so weiter geht's ich hab schon den hilfen verloren glaubt ihr auch grad bei dir sehr gut es tut uns leid wenn wir hier der story nicht folgen aber die ist auch nicht wirklich interessant ehrlich gesagt ja beziehungsweise ist es ein bisschen blöd gemacht mit dieser verzerrten stimme ich glaube ansonsten hättest du mich schon oft genug zugemaut jetzt haut alter ich bin festgehalten du bist gleich hoch wechsel 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 weg ist er nice schöner laser und gesundheit benehmen nice energy da ist noch eine äh junge energy hybrid reiter sehr gut so warte mal hier nix haben wir wieder so einen eisweg ich hoffe mal dass wir den boss schaffen hoffe ich mal auch da unten ist schon die horde also das heißt boss ist ja dann quasi die horde die horde ein wirklicher einziger boss sie macht alles wieder schade dass man die lieder nicht nehmen darf ich glaube man das wäre so ein richtig geiles lieb dafür gewesen oder ja das wäre schon nicht schlecht für die horde so guck mal da boah wo habe ich jetzt einen rausgehauen einsammeln diese scheißvieche alter wiederbeleben jawohl ja für mich hat es ja eh nichts gebracht ja du hättest ein champion sterben lassen sollen ich hoffe mal dass die buchte hier jetzt was bringen oh alten joo ich bedenke in der letzten aufnahme wo ich den hatte da der hat überhaupt keine reichweite gehabt und jetzt alter jetzt ja gesundheit nach dem pimpen volldampf mit der biotik abdeckung geht da unten zack da sind schon wieder solche eisteile ich bin festgewurzelt boah boah alles weg dahinter ist was ich glaube du musst mal hier schon wieder champion will ha nehmen wir mal wieder den energie oh hier ist einer die scheißviecher alter die sind sowas mit blöd energie schön mitnehmen nicht vergessen energie können wir jetzt gebrauchen boah ey das gibt doch nicht der teleportiert sich erneut hin und her der Affe tot und weiter geht's und deine energie ist ziemlich daumen wo auch scheiße ist so eine Mittelhorde ja nicht genügend energie ja das sind elektronen gefäßen ja da musst du mal helden wechseln ja mach so und du läufst uns nicht davon ist die frauen wichser hier kommen wir ja ja und lecker waren wir den weg einsammeln und kohle wurde wird energie reserven niedrig ich scheiße ja eigentlich ist auch fast da und wie wir den katalysator habe ich schon sehr gut achtung champion wechsel würde ich empfehlen war das knapp ja habe ich gesehen kommt schon kommt schon nach der wägel muss ja alter ist meine gesundheit nicht gut voll im arsch aber ich bin nicht tot und so viel passt bei dem ausschnei naja ich hätte gerade gut wir sind herziger mann bei mir gerade geil was für ein kleid leckt die frage wo wir hin müssen rechts müssten wir mit der sowas von gekommen der fack dass man zurückgehen ich habe einen weg hier geht es noch runter wo wir sind scheiß elektro viel das ist erstmal weg kümmern ich erst mal die anderen gesundheit kritisch fackte doch ein alter wo scheiße meine helden sind alle gesundheit reserven übrig ich halte mich mal ein bisschen zurück ja kennen das was habe ich denn da jetzt für mega pass auch reichweite ist eigentlich jetzt richtig neu muss ich sagen bei dem der lässt ja irgendwie ganz gut spielen das einzige was ich da vielleicht noch machen sollte ein bisschen lebenspunkte zu kaufen ich habe auch kaum energie energie kam hergesprungen kleiner der springt gar nicht die springen irgendwie nicht so ganz gut weil wenn die springe alle das sind ja selbst zu hohen raketen die ich hab ne oder um schon wieder so fettes viel du glaubst erst mal hier obelis ich gehe da mal kurz ran da helfen wir doch dieses vieh wegzuhauen komm gleich ich zerstöre dir erstmal schön die objekte ich hab's auch alleine hinbekommen ja dann geht's doch wieder wechseln warte mal brauchst du einen katalysator den flächen schaden deiner helden verursacht vier schaden bei gegnern die deine helden mit nahkampf treffen und kürzt die fähigkeiten das coole uns deine helden um fünf prozent willst du einen haben davon weil ich habe jetzt erst mir irgendeinen raus ich habe es ja nur eine dann haben wir wieder beide gleich viel jetzt hast du eine zitterkalle gehabt okay okay